JEDACHTACHMITDIER IST N HAPPY DAY Ich sagte JEDACHTACHMITDIER IST N HAPPY DAY Ich hoffe du fühlst es genau so Ich bin so richtig glücklich, ich bin so richtig froh Dich zu kennen, kennen, beiden Namen zu nennen Und du weißt, dass JEDACHTACHMITDIER IST ein Geschenk Denn du bist wie der Himmel, wie die Sonne, wie der Mond Ich schenk dir ein Croissant, oh ja! Dort drübelst, hängt die Party, jo, oh no! Die Party steigt hier, mit dir an meiner Seite, bis morgen zum vier Die Chiller nun bleiben happy, als wäre es gar nicht BUUUUUUUM Oh man, was für ein Pass von Casimo Sonny Der Pass, guter Pass zurück Leider Oh, leider Sah gut aus noch Ey, ich hab den Ball doch, alter, der verspringt von mir Das ist doch Jetzt in die Maschine, in der Maschine macht ein Gopo vor zu Pass schnell, Gopo vor zu, Gopo vor zu Casimo Riech, es ist gleich zu, es ist gleich zu Doaaah Noah mit Time Finish Ich bin nicht auf Noah, Leute Was für ein Pass Fuck Das war echt toll, muss man sagen Sehr nice Aber die sind nicht schlecht, Leute Ich komm nicht so nah an dem dran Aber jetzt Let's go Gopo vor zu Gopo vor zu Gopo vor zu Casimo Riech Und da ist das Gopo vor zu Tor Sehr sehr stark Gopo So muss das sein Ist nicht stark, Leute Gopo vor zu Ganz genau Kaisen hat's auch gesehen So muss das sein Bonny, da bist du doch Und Oh, der Ball verschwindet zum Gegner Oh Peppi Peppi Genau, richtig Peppi Wenn's nicht nach vorne geht Einfach zurückspielen Einfach zurückspielen Hauptsache, wir haben den Ball So, komm auch jetzt Gopo vor zu, Leute Gopo vor zu ist drin Gopo vor zu ist drin Ich seh's Gopo vor zu Gopo vor zu Gopo vor zu Noa Oh Jetzt leckt's bei mir Jetzt leckt's bei mir Aber da ist Ronny Und da ist Skyblader Schade Skyblader War gut aus Weiter geht's Weißt, Leute Wir können auch schon mal Früher ein bisschen pressen Bei 2-0 kann man schon Ein bisschen früher pressen Gopo vor zu Gopo vor zu Gopo vor zu Gopo vor zu Casimović Nein Alles richtig gemacht Das ist ja das Genau was Wovon ich spreche Der finale Pass Das ist dieser finale Pass Der im Strafraum nicht ankommt Oder Abgeblockt Wie jetzt Das ist so schrecklich Das ist so schrecklich Das ist so schrecklich Ne Ey, ich hab schon scheiße Oh gut Das heißen wir zu grad gesehen Auch bei den sah aus Ja mei Echt Das sah komisch aus Das sieht aus wie von Von den Und die Lücke im System Ich bin wieder weg Und da ist Casimović Casimović Dosierung Dosiert Dosiert doch Leute Dosierung Das ist so schrecklich Ja bald Ja bald Ja bald Ja bald Wenn wir nicht rein ist vorbei Leute und jetzt wirst du Torabschluss, nicht den Ball von hin. Conny, Azimovic sitzt nicht durch, bis zum Torabschluss. Da wieder. Boah, hat er mich. Hat er mich. Er kommt zurück. Hey, Peppi, macht alles richtig. Schaut euch das an. Ey, Peppi hat den Ball, der Ball... Leute, schaut euch das an. Das ist unnormal. Das ist unnormal. Peppi hat den Ball, der Ball verspringt von ihm. Aber das war insgesamt ein Fehler. Dann gehe ich den Ball da oben, machen die nicht den Angriff. Boah, ist das dreckig. Ich wollte nicht. Ohne Scheiß. Sehr gut, Ronny. Kommt jetzt, go, bevor zu, Leute. Go, die kommen gleich. Hey, schnell, no. Meine Kamera ist ein bisschen anders. Danielowic, moin. Mein Boot ist doch mega stark. Der 10 muss raus. Wie meinst du, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Danielowic, manielowic. Danielowic ist da. Und dann ist natürlich auch das Board Art. Und Skyblader. All die Topo bin ich auch hier am Start. So, let's go. Go, bevor zu, go. Bevor zu. Go, da ist Skyblader wieder. Let's go. So muss das sein. So muss das sein. 4-1. Sehr stark, sehr stark. Gute Bewegung auch, ne? Egal, ja. Go, bevor zu läuft. Go, bevor zu läuft. Der richtig hier. Adonora macht auch alles richtig. So, zurück. Gute helfen. Eisen. Go, bevor zu passt. Tepi. Hör doch, Noah, gespielt. Aber es soll nicht sein. Und Leute, pressing, pressing, nicht vergessen. Ah, stark hier. Clipmaster. Tepi. Tepi immer noch am Ball. Pass, ey, das gibt's doch nicht. Der wird einfach randomisiert. Daniel Lovic ist auch gleich da. Sehr stark, Daniel Lovic. Pass, freut uns doch. Go. Oh, das ist Go, bevor zu geht. Ich tue, bevor Go war das. Gegner zum Tommy-Modus. Ach, sorry, ey. Hätte ich Dreieckpass gemacht, wäre er weggegangen. Eisen. Eisen. Der Gegner schwein muss das Spiel zu wenige Spiele aufgeben. Okay, okay. Die Menge, Leute. Musik. 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 Musik.